um es ist auch Europa okay dahinten ist Lerner Leuchertschirm oder einfach so rum vielleicht fällt er ein Kripper von oben auf uns runter oder vielleicht sogar ein Skelett das uns in die Lava schießt ich habe mich jetzt extra unterdrückt nicht zu husten ich bin stolz auf mich keine Ahnung warum aber ja da vorne geht es mal weiter da gehen wir aber erst später hin genauso wieder zu der Lava da hinten das würde ich sagen kesseln wir mal einfach ein so als damit wir einerseits Licht haben aber einerseits nicht einfallen eingekesselt hier noch Fackel zur Sicherheit so hier okay das war gerade komisch mit dem Scrollrad liegt wohl an meiner super coolen Maus da ja hier reisen ohne Ende anscheinend irgendwie haben wir noch kein Enderman in den Höhlen gesehen das wundert mich ein bisschen jedes Mal wenn ich in eine Höhle gehe oder fast jedes Mal vielleicht sogar jedes dritte oder zweite Mal sehe ich ein Enderman in einer Höhle ich glaube ich habe gerade unabsichtlich das Mikrofon äh Mikrofern nein das Mikrofon berührt sorry dass ich eure Ohren gerade vergewaltigt habe ähm mit meinem Finger haha 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 nein Mikrofon und Zoom ja Mikrofon ist das heutige Gesprächsthema ja das ist das äh äh nein lustig äh so Eisen yeah ich habe Eisen gefunden wer hätt's gedacht love said oder wie das da heißt so haben wir mal hier alles bis auf die Kohle die ist aber nicht so wichtig momentan ich grab sie trotzdem aus vielleicht ist ja da hinten Diamant oder so ähnlich hinter der Kohle ich frage mich gerade wo die Musik ist vielleicht ist sie entweder so leise dass nicht mal ich sie höre oder ähm weiß ich nicht ja Eisen yay ok das war's auch gehen wir dort hinten weiter unsere Hungeranzeige ist auch in Ordnung was ist das da hinten ok nichts was ist da hinten? nichts und was war da hinten? nichts und wer bist du? nichts unlustig ich weiß aber ich musste mal irgendwie so einen dummen Spruch oder so hab ich dir eingeben dass ich ein lassen sollte was war das gerade? waren das wir mit dem Wasserplancher oder waren das? oh Eisen cool das ist sicher eine Falle von Herobrine ich habe keine Ahnung was ich heute mit Herobrine habe aber ich glaube ich werde langsam daran liegen und redstone redstone also nicht dass das irgendwie verdächtig wäre dass das hinter etwas wertvollem etwas noch wertvolleres ist und das daneben noch etwas wertvolleres ist hier ist nichts mehr oder? ich werde jetzt kommt Lava oder ein Creeper das optimalistisch tolles neues Wort genau hier haben wir lauter Kohle Sachen mit einem sie und hier ich habe die nachher die schlafen für den Das wäre doch lustig, wenn es Karotten in Minecraft gäbe. Wäre das nicht abgefahren? Nicht abgefuckt, abgefahren meinte ich, ja. So. Hier drüben ist nichts. Außer Steine, die Lava fallen. Ich überlege gerade, ob ich ein Kobalt-Let's Play machen sollte. Also ihr wisst schon, das andere Spiel von Mojang, das neue, mit diesem abgefahrenen Roboter, das wollte ich gar nicht. Ja, ich habe das Spiel, aber ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt zu Let's Playen, weil, ich meine, da macht man ja nicht unbedingt viel. Vielleicht, wenn es irgendwie den Survival-Modus schon gibt, wurde ja sozusagen angekündigt und den gibt es im Menü auch. Aber man kann da nicht raufklicken, beziehungsweise ihn auswählen. Und das ist einfach ein kleiner, armseliger Lava-See, der nichts zu bieten hat. Ich habe ihn gerade vollgetestigen. Na, graben wir mal hier weiter, weil wir ja gesehen haben, dass die Lava hier weitergeht. Hier runter, 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 nichts. Okay, dann. Hier ist auch nichts. Okay, wir müssen uns nicht irgendwie bis zum Bedrock runter vorkommen. Das wäre doch auch toll. Wissen wir nämlich, dass... Ah! Oh mein Gott. Also an dieses Geräusch muss ich mich noch gewöhnen, sonst kriege ich... Ich frage mich, weil es als nächstes kommt. Ja, Redrock. Klar. Die Musik macht mir ein bisschen Angst und ist verstörend. Gerade. Ja, okay, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, aber... Schock des Lebens oder so. Keine Ahnung. Scheitel. Da. Okay, da war hier nur Redstone. Äh, ja, Redstone. Hier gibt es vielleicht irgendwo sogar Diamanten. Hallo? Diamanten? Seid ihr hier? Kleine Diamanten. Es wird dann zum Dunkeln. Naja. Hier ist Gravel. Das heißt... Gar nichts. Außer, dass hier Gravel ist. Gravel von mir aus. Oder Kies oder Schotter oder... Geröll oder wie das geheißen hat. Da ist mein Forum. Ja, graben wir uns mal sinnlos dadurch, haben wir keine Schaufel. Nein, natürlich nicht, wofür brauchen wir eine Schaufel. Moment. Ich glaube, ich habe gerade Wasser gehört. Ja, ich war einweitig Wasser. Vielleicht ist es unser eigenes... Naja, egal. Gehen wir wieder zu. Nein, das kann gar nicht unser eigenes sein, weil unser eigenes da hinten ist und nicht hier irgendwo. Naja. Graben wir uns mal rein. Erde, cool. So, jetzt nach links. Ich bekomme hier langsame Schiss. Oh, da bist du da zu liegen. Wir kommen immer näher. Wir sind da. Und hier ist... Nein! Ach, du heiliger Bim Bam. Scheiße. Nein, das war nicht so gemeint. Hier zerbricht auch gleich wieder unser Schwert. Das heißt, ich werde mir noch einmal in die Hosen machen. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, was wir da gerade gefunden haben. Vielleicht wäre schon mal ein Zombie, das... Ich habe gerade wieder das Mikrofon gestriffen, sorry. Und hier sind unheimliche Geräusche. Cool. So. Die Musik passt gerade zu dem Lack, der hier... す